Frage, warum ist es so schwer, seine Liebe zu zeigen, besonders da, wo es wichtig ist, wie in der Familie? Liebe zu zeigen, ist ein Anspruch, das sich aus einer Programmierung heraus zeigt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um gesehen zu werden. Liebe zu leben braucht kein Ort, braucht keine soziale Struktur. Sie wirkt aus dem Moment heraus. Und dann gibt es keine Frage mehr, wo es wichtig sein wäre, diese Liebe zu zeigen, sondern sie erlebt sich in in jedem Moment, in allem, was ihr begegnet. Es ist nicht schwer, Liebe zu zeigen, wenn Liebe sein darf. Es ist nur schwer zu zeigen, wenn man meint, wo und wie sie sein müsste. Was die Schwere in der Offenbarung dieser Liebe in Verbindung mit anderen zeigt, ist die Vorstellung davon, wann der Mensch sie überhaupt zeigen kann und zeigen will. Denn meistens ist es so, dass Situationen entstehen, vielleicht auch Konflikte entstehen, Probleme aufkommen, Herausforderungen erscheinen. In all dem können wir keine Liebe zeigen, wenn wir dieses, was uns begegnet, aus der Perspektive des Verstandes betrachten, der eine Vorstellung hat, wie es sein müsste, um diese Liebe zu zeigen. Liebe fragt sich nicht, wo und wann sie sich zeigen kann. Sie ist ein dauerhafter Brunnen, der aus dem Sohsein sprudelt, sich lebendig an alles, was sich ereignet, verströmt. Sie will nichts, sie braucht nichts. Sie erstrahlt in ihrem So-Sein. Sohsein 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 Soh doubts Soh elle Sohuan